...schnell und erhöht die Kälte... ...die Kälte... ...die Kälte... ...auf Platz 1... ...die Führung aus Kälte... ...die Cd-Rötzer-Blitzer sind vorne... ...auf der zweiten Position... ...Harve Vendikarius aus Dürnberg... ...mit Mark Niemann der Kälte... ...die Cd-Rötzer-Blitzer... ...und P&D Racing ist draußen... ...die Kälte... ...Hallo... ...Hallo... ...die Kälte... ...die Kälte... ...auf Platz 1... ...die Kälte... ...die Trauern schon die Kälte an... ...auf der 2... ...Cardio Racing Team Grimmel... ...und auch der 3... ...die Black Fighters... ...die Kälte... ...die Kälte... ...und die Kälte... ...und die Kälte... ...für... ...die Startnummer 628... ...für die Cd-Rötzer-Blitzer... ...da... ...kann er natürlich jetzt... ...ganz ganz locker... ...das Ding machen... ...und hier... ...die Kälte... ...die Kälte... ...die Kälte... ...die Kälte... ...die Kälte... ...die Sektor-Käuzle... ...nicht mehr... ...mit meiner Partie sind... ...entscheidend... ...es gefallen... ...Siedemitzer-Blitzer... ...hollen Sieb noch einmal... ...einen Sieg... ...in dieser Klasse... Vielen Dank.